Sie sind auch die tollste Gesangslehrerin, die ich kenne. Oh, danke schön. Vielen Dank, ja. Oh, hallo, Jonte, mein Schatz. Ach, die Jacke ist falsch rum. Das ist die Schülerin, die immer pupst. Wie bitte? Wie bitte? Bitte entschuldigen Sie. Das habe ich nie behauptet. Was hat er jetzt gesagt? Jonte, was soll denn das? Also das geht ja wohl gar nicht. Das sagt ja wohl ein Kind auch nicht von selber, ne? Ja, dieses hier schon. Bitte, das habe ich nie behauptet. Das müssen Sie mir glauben, Frau Kremmer. Gesangslehrerin Maria ist die Situation äußerst unangenehm und sie fürchtet inzwischen sogar um ihre berufliche Existenz. Denn es war nicht das erste Mal, dass der siebenjährige Jonte lügt und seine Mutter in Bedrängnis bringt. Über die Schule hat die gebürtige Polin deshalb Kontakt zu Sozialarbeiter Maik Kalani aufgenommen. Jonte, kannst du mir bitte deinen Wochenplan zeigen? Ich habe ihn in der Schule vergessen. Wie in der Schule vergessen? Zeig mir bitte her. Ja, da ist er ja. Und du hast sogar alles erledigt. Wieso flunkerst du denn? Ich will jetzt spielen. Wir spielen. Gleich kommt der Familienhelfer. Der steht sogar längst vor der Tür, klingelt aber nicht. Denn ohne es zu ahnen, kommt auch Maik Kalani direkt mit der nächsten Lüge seines siebenjährigen Schützlings in Berührung. Ja, guten Tag. Guten Tag. Wieso klingen Sie nicht? Ja, ich habe das Schild gesehen. Ach, was ist das für ein Schild? Weil das Baby schläft, dass ich nicht klingeln muss. Aber wir haben doch gar kein Baby. Das muss doch ein Irrtum sein. Ach so, okay. Ach, das war mein Sohn. Das ist Junte. Ja? Deswegen habe ich Sie angerufen. Kommen Sie bitte rein. Okay. Ich bin heute hier, weil die Frau Jelinek mich gerufen hat, weil sie ein Problem mit ihrem Sohn hat, dass er momentan sehr viel am Lügen ist. Und sie hatte mich gebeten herauszufinden, was der Grund dafür ist. Können Sie mir denn vielleicht sagen, seit wann das so ungefähr ist? Ist da irgendwas Bestimmtes passiert? Es ist etwas vorgefallen in der offenen Ganztagsschule. Okay. Und zwar, zwei Schüler haben einen OGS-Betreuer im Klassenzimmer ausgesperrt. Okay. Und irrtumlicherweise hat mein Sohn dafür Ärger bekommen. Ach so, okay, gut. Genau. Ich hatte ja schon mit dem Herrn Bogner gesprochen gehabt. Ach, Sie haben mit Herrn Bogner gesprochen? Ja, genau. Und der sollte eigentlich jetzt auch schon jeden Moment hier sein. Den Betreuer habe ich hierher bestellt, weil ich sehen wollte, wie Jonte auf ihn reagiert, um aber auch nochmal von ihm herauszufinden, wie er die ganze Geschichte wahrgenommen hat. Hallo, Mathis. Ah, Mathis, okay. Mein Name ist Mike. Hallo, freut mich. Ja, können Sie mir vielleicht oder kannst du mir mal ganz kurz sagen, was dann passiert ist in der Schule? Wie Gesangslehrerin Maria schon erwähnte, hatte der OGS-Betreuer Jonte zu Unrecht verdächtigt, ihm im Klassenraum eingesperrt zu haben. Betreuer Mathis hat sich zwar längst bei dem Jungen dafür entschuldigt, dennoch möglich, dass dieser Zwischenfall der Auslöser für die ständigen Lügen des Erstklässlers war. Sag mal, weißt du eigentlich, warum ich hier bin? Wegen meiner Lügen. Genau. Kannst du mir sagen, was da so passiert ist? Warum das so ist momentan bei dir? Weißt du das? Weißt du das nicht? Oder du willst mir das nicht sagen? Willst mir nicht sagen? Sag mal, wäre es für dich in Ordnung, wenn ich den Mathis hier reinhole in das Zimmer? Wäre das in Ordnung für dich? Ja? Dann ruf ich den mal, ja? Alles klar? So, lieber Mathis, würdest du mal ganz kurz dazukommen? Ja. Hallo. Oh, was ist denn jetzt los? Dass der Siebenjährige die Flucht ergreift, wirft neue Fragen auf. Der Sozialarbeiter schafft es zwar schließlich, den Jungen zurückzuholen, erlebt aber prompt die nächste Überraschung. Ich wollte mich nochmal bei dir entschuldigen, weil es tut mir wirklich sehr leid, dass ich dich falsch beschuldigt habe. Es war so nicht so schlimm. Warum redet ihr die ganze Zeit darüber? Ich war sehr überrascht, dass er das alles so unter den Teppich gekehrt hat und dass er einfach gesagt hat, dass es nichts mit dem Mathis zu tun hat. Und das hat für mich bedeutet, dass da irgendwo anders ein Problem ist. Und das gilt es herauszufinden. Denn bis vor drei Wochen war Jonta ein fröhlicher, aufgeweckter Junge, der gerne zur Schule gegangen ist und vor allem nicht ständig gelogen hat. Mike Kalani probiert noch einmal mehr vom Siebenjährigen zu erfahren. Meine Güte, ich dachte eigentlich, dass du mit ihm ein Problem hattest, aber hattest du eigentlich gar nicht, gell? Okay. Hm. Sag mal, wie sieht es denn eigentlich aus in der Schule? Hast du da viele Freunde? Nein. Du hast da keine Freunde? Nein. Aber der Mathis hat gesagt, dass du sehr beliebt bist und dass du viele Freunde hast. Es hat mich sehr überrascht, dass Jonte gesagt hat, dass er keine Freunde hat. Das war für mich natürlich auch wieder so ein Link dahin, dass da irgendwas ist, was noch nicht ganz ausgesprochen worden ist. Schönes Buch. Freunde steht da drauf. Das besondere Erinnerungsalbum. Aha. Wollen wir mal gemeinsam reingucken? Beziehungsweise darf ich überhaupt da reingucken? Ja, darf ich? Gucken wir mal gemeinsam rein. Also, mal schauen, was wir hier finden. Guck mal, Jonte, was ich jetzt gerade hier entdecke. Rasmus. Und hier steht was ganz Interessantes. Und zwar, mit dieser Person würde ich gern für einen Tag tauschen. Jonte, weil er mein bester Freund ist. Hey, 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 hey. Das war für mich sehr, sehr überraschend gewesen, weil ich mir gedacht habe, okay, was ist jetzt das Problem? Hat es jetzt was mit seinem besten Freund Rasmus zu tun? Und das war jetzt auch für mich der Grund, da nochmal nachzuhaken. Ich habe nämlich ein Freundesbuch entdeckt, was er in seinem Zimmer hat. Ja. Und da habe ich den Rasmus entdeckt. Und da steht tatsächlich drin, dass der Rasmus denkt, dass der Jonte sein bester Freund ist. Und dann hat er das Buch genommen und einfach die Seite zerrissen. Und ich frage mich jetzt, woran das liegt. Das ist mir jetzt auch ein Rätsel. Ja. Die Jungs sind beste Freunde in der OGS. Die sind beste Freunde? Ja, beste Freunde. Der Rasmus wohnt hier um die Ecke. Der wohnt hier um die Ecke? Ja. Okay. Was halten Sie davon, wenn Sie den mal kontaktieren, dass er vielleicht mal vorbeikommt? Ich habe das Gefühl, dass zwischen Jonte und Rasmus etwas vorgefallen ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre eine gute Idee, Rasmus auch hierher zu holen. Ich war mit Jonte in seinem Zimmer gewesen. Da haben wir dann ein Bild in seinem Freundschaftsbuch gesehen. Ja. Und dann hat er das einfach zerrissen und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Hey, wieso denn? Das ist eine gute Frage. Ihr seid doch eigentlich gute Freunde, oder? Ja, nicht, dass ich wusste, dass wir Streit hätten. Aha. Oder haben wir einen? Auch nicht. Sag mal, wie läuft es denn eigentlich momentan in der OGS für dich? Ich gehe jetzt nicht mehr in die OGS. Okay. Weil meine Mutter ja eine kleine Schwester bekommt. Ja. Und dann muss sie nicht arbeiten und dann kann ich früher nach Hause gehen. Ach so, deswegen bist du momentan gar nicht da. Nein. Jetzt verstehe ich. Okay. Gut. Alles klar. Interessant. Ist aber sehr gut zu wissen. Was haltet ihr davon, wenn wir ein kleines Klavierquiz spielen? Ja. Super. Du hast drauf Bock? Und was mit dir? Auch? Ich erkläre es euch mal ganz kurz, okay? Die Aktion mit dem Klavier habe ich gemacht, weil ich vermeiden wollte, dass, wenn ich eine Frage stelle, zum Beispiel an Jonte, dass er dabei spricht oder die Möglichkeit hat zu lügen. Weil wir haben ja gesagt bei der Aktion, die hellen Töne stehen für ja und die dunklen Töne stehen für nein. So ihr Lieben, wir fangen jetzt an, okay? Die erste Frage geht an den Rasmus. Rasmus, wie findest du den Jonte? Aha. So, Jonte, wie findest du den Rasmus? Okay. Sag mal, Rasmus, wie findest du denn die OGS? Und die gleiche Frage auch an dich, wie findest du denn die OGS, Jonte? Was? Ich dachte, du gehst gerne in die OGS. Sag mal, was ist denn los? Und abermals zieht sich Jonte zurück. Der Sozialarbeiter hat inzwischen jedoch eine Ahnung, was mit dem Siebenjährigen los sein könnte und versucht behutsam, den Jungen aus der Reserve zu locken. Ja, sag mal, du bist jetzt einfach eben gerade so weggerannt, ich hab mich gefragt, was das Problem ist. Mai Kalani liegt mit seiner Vermutung richtig. Jonte ist sauer, dass sein bester Freund Rasmus jetzt nicht mehr mit ihm zusammen in der Übermittagsbetreuung ist. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Denn der Grund für die Lügen des Siebenjährigen ist ein anderer. So, ich habe ja jetzt gerade mit dem Jonte gesprochen und ich würde jetzt vorschlagen, liebe Jonte, dass du das nochmal an deiner Mom erzählst. Was hältst du davon? Schieß los. Meine Mama hat nie Zeit für mich, weil sie im Gesangsunterricht und Klavierunterricht und Rasmus darf bei seiner Mutter bleiben. Aha, okay, gut. Das heißt also, ich habe jetzt tatsächlich das Gefühl, dass der Jonte ein bisschen eifersüchtig ist bzw. aber auch nicht vernachlässigt fühlt. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass Jonte deswegen gelogen hat, weil Rasmus nicht mehr in der OGS ist und er natürlich sein bester Freund ist und ihn da natürlich dann auch vermisst. Und weil natürlich der Rasmus mit seiner Mutter sehr viel Zeit verbringt und das ihn auch eifersüchtig macht, weil er natürlich auch viel mehr mit seiner Mutter Zeit verbringen wollte, was momentan nicht stattfindet. Und ich glaube, das ist einfach wirklich das Problem gewesen, warum der liebe Jonte so viel gelogen hat. Oh nein, also das tut mir jetzt wirklich sehr, sehr, sehr leid. Ich dachte, wir bringen eigentlich genug Zeit zusammen. Okay. Ja, ich werde auf jeden Fall die Stunden reduzieren müssen und das mache ich wirklich gerne, weil die Zeit mit dir ist das Allerwichtigste, mein Schatz. Ganz genau. Ja. Wir nehmen uns richtig viel Zeit für uns. Was hältst du davon? Wollen wir auch zusammen kochen und spielen? Ja? Komm mal her, mein Schatz. Mittlerweile gönnen sich Mutter und Sohn einen Tag in der Woche, der nur ihm gehört. Außerdem ist auch Jontes bester Freund Rasmus zurück in der Übermittagsbetreuung und die Jungs haben viel Spaß miteinander. Die Welt des Siebenjährigen ist wieder in Ordnung. Ganz ohne Lügen.